hallo meine lieben herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich sitze hier gerade im freien zu erzählen aber ich versuche jetzt zu walken ich habe jetzt 35 gebrockt und es sind jetzt erst 2,7 kilometer mal gucken ob es besser wird bis dahin bis dahin WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR hallo meine lieben ja jetzt bin ich wieder zu hause besser gesagt wir haben es auch schon den nächsten tag also ich habe gestern gar nicht mehr gefilmt aber ich habe leider nicht gespielt nicht ganz geschafft und zehn kilometer aber der ehrgeiz ist wieder da weil ich diese medaille haben möchte und genau aber da ich heute nicht so viel zu erquatschen habe ich möchte jedem jeden tag ein video hochladen außer am wochenende deswegen habe ich mich entschieden wieder fragen zu beantworten die leute die jetzt abschalten möchte können gerne abschalten die anderen leuten die das gerne hören wollen können gerne dranbleiben fangen wir mal an die erste frage ist welche gesunden snack magst du am liebsten mandarinen obst an sich an sich obst egal welche eigentlich außer jetzt so doch nicht äpfel klar ich habe sie auch zu hause ich esse auch aber ist nicht mein lieblings gemüse obst genau wie fest ist deine hand händedruck nicht so fest er sich nicht so wabbelig und auch nicht sehr fest dass ich jemanden wirklich die hand brechen könnte nein der ist ganz normal glaube ich schreibst du häufig etwas auf damit du es dir besser merken kannst sowas wie termine das schreibe ich mir nicht auf ich kann ich schreibe vielleicht dann doch mal auf aber ich werde nie vergessen also ich bin so jemand der geht ich weiß genau dass ich morgen termin habe um 15 uhr beispielsweise stimmt auch aber trotzdem ich weiß das ganz genau weil ich einmal gehört habe wirklich gehört manchmal wenn ich zu aufgeregt bin höre ich einen termin bin aber dann so aufgeregt am telefon und dann was aber wann hat er dann auch mal gesagt und dann sind zwei möglichkeiten immer bei mir und meistens die richtige aber ja weiter worauf hast du zuletzt mit ja geantwortet am telefon welche mahlzeit am tag magst du am liebsten frühstück also ohne frühstück ja frühstück also mittagessen frühstück in dem sinne weil ich esse sehr sehr spät frühstück also manchmal so und zähne neune zähne das ist für mich schon fast mittagessen genau schläfst du manchmal beim fernsehen ein bei heißt das ran nfl dieses amerikan football super war da schlafe ich jedes mal ein und auch bei oscars neben oscars nicht aber ich habe die letzte mal nicht geschaut war es so lang naja das ist nicht mehr so ja also auf jeden fall bei im superball schlafe ich jedes mal ein sonst eigentlich selten wie stark ist deine sammeln leidenschaft was dann bin ich denn ich habe gar nichts zu sammeln dann hältst du dich immer an den plan den du gemacht hast nein der kann auch gerne mal abweichen das ist auch nicht so schlimm welche kunstwerk hast hat dich stark beeindruckt die berliner mauer ist ein kunstwerk warum schon lässt du dich gerne überraschen wenn du essen gehst ich weiß ja wo ich dann hingehe also was war die beste entscheidung deiner beruflichen laufbahn dass ich dann die pflegeassentien ausbildung gemacht habe war schon eine richtige entscheidung weil das meine erste ausbildung gewesen ist und ich habe ja wenigstens eine ausbildung manche haben natürlich noch nicht mal das von daher was also deutlich wie heißt dein lieblings blume rose oder tulpe ich habe nicht so viele blumen glaubst du dass man dich hypnotisieren kann ja ja was musst du endlich wegwerfen also hier in der wohnung wüsste ich jetzt gerade nichts was nicht geht doch einen alten toaster nur ich kann den halt nicht einfach so in den mühr einfach schmeißen ich muss dann wirklich dann erstmal ein bisschen warten und dann halt warten warten und warten an spaß ich noch ein bisschen andere sachen habe die auch wegschmeißen muss dann muss ich nämlich sperrmüll anmelden ja ich könnte auch irgendwo hinfahren aber ich habe nur ein roller ja welche stadt im ausland würdest du gerne besuchen doch gott habe das schon erzählt ne new york dann auf jeden fall manchester glates aber das auch richtig ausgesprochen weiß ich nicht dann ähm liverpool also england an sich ja war schon immer schon so nicht nur wegen emmerdale und der organisation sondern auch ähm es war schon immer so also wirklich enger england ist schon irgendwie cool ich weiß nicht trägst du häufig lippenstift ähm wenn ich mich schminke jetzt beispielsweise zurzeit ist es so dass ich keine lust habe mich zu schminken und dann ja ich sage ich gehe nicht extra raus und packe lippenstift drauf nö wenn ist es auch meistens lipgloss genau wie trinkst du deinen kaffee am liebsten mit milch und bisschen süßstoff gut gehst du gelegentlich auf den friedhof spazieren nein spazieren auf dem friedhof ohne einen grund mein gott kaum kamera ja auf dem spazieren auf dem friedhof spazieren gehen ohne einen richtigen grund ne das ist mir ein bisschen so unheimlich dann die nächste sage ist wie viel gibst du maximal für eine gute flasche wein aus null euro ich trinke kein wein wie würdest du auf deinen kleinen kleinen stil beschreiben wie würde ich meinen kleinen stil beschreiben ähm normal lässig ja was ist wahr geworden bevor du als teenager geträumt hast ich in eine wohnung habe und in den realschluss ja das ist halt so eine aber trotzdem ja in welchem meer bist du zuletzt geschwommen mittelmeer sorry mein geschwösser ist auch schon jahre her das ist richtig acht neun jahre her weil es so kalt war und das letzte mal als ich meine oma in spanien war ist das mittelmeer ähm ja auf jeden fall in dem meer ja in spanien ähm ja es war aber arsch kalt ich war nur in den füßen drin und das war schon nicht ganz angenehm und deswegen war ich nicht drinnen ähm kochst du oft fertig gerichte ja nicht oft aber ab und zu natürlich auch ja ähm wo fühlst du dich geborgen zu hause bei mir hier in dieser wohnung fühlst du mich geborgen ja das einzige was ist deine schönheits schönheitsgeheimnis hab keins bist du manchmal streng mit dir ja ähm aber wobei jetzt weiß ich jetzt nicht ganz genau aber ja bist du manchmal also welche geschichte wird schon seit jahren immer wieder in deiner familie erzählt ne keine geschichte die immer wieder wiederholt wird ich überlege jetzt wirklich gerade aber ich erzähle manchmal die geschichte als ich meinen leiblichen Opa kennengelernt habe ähm da war ich vier mein Bruder war war ja schon da mein Bruder war schwanger ich weiß es nicht auf jeden Fall ähm war ich ganz klein also vier ne und mein Opa war da mein leiblicher Opa der Vater meines Vaters und ähm ich hab das erste Mal gesehen das letzte Mal ähm wie wir hier ich hab Tennis gespielt ich hab mit dem Tennisball gespielt irgendwie hab ich dann so der hüpfte ja so schön und oi ist das finde ich ja ich muss trotzdem ich muss ich muss ähm wieja ich hab mit dem Tennisball gespielt und habe dann ähm ist ein Tennisball dummerweise in eine Tafiktasse gefallen und da gibt es heute noch sogar noch ne heute gibt es glaube ich nicht mehr aber vor ein paar Jahren gab es noch Beweise dafür und zwar so Untersetzer die Kaffee aufgezogen haben und irgendwie ging das nicht mehr raus und man kann das nicht abwaschen oder nicht in die Waschmaschine packen und deswegen waren dann auch Beweise und ähm daran kann ich mich noch auseinanden ja aber sonst erzähle ich ab und zu mal aber ne mehr erzählen wir uns nicht immer wieder das gleiche Wann bist du zuletzt den ganzen Tag an der frischen Luft gewesen den ganzen Tag das war im Sommer wahrscheinlich ähm sonst gehe ich eigentlich fast täglich raus wie schön schreibst du wie schön schreibst du noch mit der Hand ja das geht einigermaßen ne welcher Dokumentarfilm hat dich beeindruckt irgendwas mit Weltraum es hat sieben Stunden gedauert Leute sieben Stunden ähm aber es war sehr interessant wirklich das hat mich echt beeindruckt das war so in Ostern Pfingsten also dann wenn nicht Feiertage sind wenn Feiertage sind dann kommt immer so langweilige Filme oder generell Filme und ich bin da überhaupt kein Fan von und ähm da gucke ich mir immer Dokumentationen an N24 oder Phoenix oder was auch immer oder ja N24 NTV und so was da gibt es immer solche Dokumentationen und da schaue ich mir dann immer an weil sonst ja ich hatte mal hier Netflix aber da sind das ist auch nichts meins dann hab das sind ja 7,99€ ungefähr dann bezahle ich lieber 9,99€ für die Zone ähm da kann ich wenigstens Fußballschulen schauen auch ähm ja auch meine Lieblings waren auch andere Mannschaften außer Hannover 96 ähm aber Gottes Willen nächstes Jahr wird es wahrscheinlich wieder die zweite Liga und vielleicht ist es gar nicht so schlimm manchmal weil dann sind die Tickets wenigstens ein bisschen günstiger wirklich ich halte 28,25 hm hm natürlich wäre es besser wenn sie in der ersten Liga bleiben aber mit der Leistung nein danke das wird nichts was ist das denn da oben achso ja hm nicht mehr viele machst du in der Regel das was du willst eigentlich schon ja komm mach mal ein bisschen komm schon komm mal raus hab ich das falsch gemacht mit dir so mein Gott äh wie weit hast du deine Vergangenheit hinter dir gelassen noch nicht so richtig leider wie solltest du eigentlich und wirklich nicht mehr tun ja eigentlich sollte ich selbstbewusster sein und mich selbst lieben und äh was ich nicht mehr tun sollte ja ich sollte nicht mehr so schüchtern sein und ähm besser besser Kontakt zu anderen haben ja kontaktfreudiger was ne magst du klassische Musik so eigentlich nicht so aber wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie lerne oder irgendwelche irgendwas ausarbeite oder ja am lernen bin oder so wie es heißt irgendwas mache am Schreibtisch dann ist es ähm mein Gott sehr sehr windig ähm dann mache ich das aber sonst bin ich eher der normale Poptyp ja und auch manchmal gerne Schlager ab und zu oder auch ähm Ballermann Hits also alles querbeet außer jetzt so Metal ist jetzt ganz ehrlich nicht meins ist nicht ganz meins nein das ist so düster und das ist nicht ganz meins ja so Rammstein oder sowas ist das Metal? nein ne? weiß ich nicht also ähm ich glaube nicht bin ich mir mal nicht sicher aber sowas wie Rammstein bin ich auch nicht so ganz meins das ist so ein bisschen unheimlich es ist meins und nicht meins egal wie aufgeregt wie aufgeräumt ist es in deinem Kopf nicht so sehr unordentlich welches Gedicht magst du sehr? oh Gott ich kann es nicht auswendig mehr ähm okay ähm das ist mit diesem Baum und der Opa und ähm mit dem Apfel ich weiß es nicht mehr tut mir leid aber das habe ich auch lernen müssen genau bist du ein guter Verlierer? ja wer sollte dich spielen wenn man dein Leben verfilmen würde? wer sollte dich spielen? ähm ich kenne ja nicht so wie viele viele Schauspieler aber ähm ne wüsste ich jetzt nicht tut mir leid wie viel Zeit brauchst du um dich für eine festliche Anlass zu stylen? höchstens eine Stunde wenn überhaupt eine Stunde ja zack zack ich habe da nicht so viel anzuziehen und ein bisschen schminke ins Gesicht klatschen und fertig ne? genau meine Lieben ich hätte auch so quatschen es wird ein bisschen kürzeres Video weil ich gestern eben nur draußen war nur draußen ja egal ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende nein schönen Abend bis zum nächsten Video Tchüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Foundation